Ghost Spider erscheint als Digital Collectible auf der Vivi-App. Außerdem endet schon bald die erste Season des Omistaggings und wir schauen uns nochmal das bevorstehende Star Wars Comic ganz genau an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und starten würde ich an dieser Stelle mit den letzten Vivi-Comic-Drops. Insgesamt waren das hier 16 Stück, die wir hier gesehen haben. Heute um 8 Uhr deutscher Zeit ist das Ganze gedroppt. Ich weiß, ich habe tatsächlich in einem anderen Video gesagt, dass es immer 18 Uhr ist. Es ist tatsächlich über 8 Uhr. Und bedenkt bitte, dass am 31. März die Zeitumstellung stattfindet und dementsprechend ab nächster Woche das Ganze dann immer um 9 Uhr deutscher Zeit droppen wird. Ich persönlich habe hier auf jeden Fall mitgemacht. Insgesamt mit zwei Comics von Ultimate Spider-Man Hashtag 3 bekommen und hatte sogar tatsächlich Glück und habe eine Secret-Rev. Schreibt mir gerne mal eure Erfolge vorm heutigen Tag unten in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr gekauft habt und was ihr vielleicht auch Gutes bekommen habt. Kommen wir nun zum Omi-Staking. Und hier wird ja die Omi-Reward-Season schon in einigen Tagen beziehungsweise in vier Tagen ablaufen. Das heißt, wenn ihr noch keine Omi-Token in der Vivi-App habt, das aber machen wollt, schaut auf jeden Fall sehr gerne unten in die Videobeschreibung. Dort werde ich euch ein Video verlinken, wie ihr die Omi-Token von Layer 1, das heißt von einem Exchange oder einem anderen Cold Wallet, direkt auf die Vivi-App bekommen könnt. Es gibt außerdem zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Details, was für einen Air-Drop es hier geben wird für alle Leute, die ihre Token hier gestaked haben. Von daher, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich werde euch natürlich schnellstmöglich hier eine Info geben, falls wir nähere Details zu dem Air-Drop bekommen sollen. Kommen wir als nächstes zum nächsten Collectible-Drop, und zwar nämlich Ghost Spy. Da werden wir jetzt auch auf der Vivi-App sehen. Und das Ganze am 31. März um 16 Uhr deutscher Zeit noch. Tatsächlich, das ist auch der letzte Drop, den wir um 16 Uhr deutscher Zeit sehen werden. Ab nächster Woche, beziehungsweise am Montag, sind dann auch wieder alle Drops ab 17 Uhr deutscher Zeit. Ganz wichtig, wegen der Zeitumstellung nicht vergessen. Schauen wir uns jetzt aber diesen Drop mal ganz genau an. Wir werden hier Ghost Spyder als einzelnes Collectible bekommen, als Common. Das Ganze wird außerdem noch animiert. Wie die Animation dann schlussendlich aussehen wird, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Der Listenpreis pro Collectible wird sicher 40 Gems belaufen, und wir werden insgesamt 2200 Editions bekommen. Was ganz wichtig ist außerdem, und das ist hier nicht die First Appearance, da wir Ghost Spyder tatsächlich schon als Mighty auf der Vivi-App haben und dementsprechend hier das Collectible keine FA ist. Für mich persönlich ist das auf jeden Fall ein cooler Charakter an sich. Ich werde diesen Drop aber wahrscheinlich nicht mitnehmen, da wir 40 Gems für keine FA doch etwas zu viel sind. Schauen wir uns nun den nächsten Star Wars Comic Drop ganz genau an. Wir werden nämlich schon heute um 16 Uhr deutscher Zeit Darth Vader Hashtag 1 sehen auf der Vivi-App mit insgesamt 5 Cover-Varianten. Das Ganze schauen wir uns mal ganz kurz an. Wir werden das Ganze natürlich wie immer hier mit 5 Covern bekommen. Ich persönlich finde die Cover auf jeden Fall nicht schlecht. Besonders gut gefällt mir hier auf jeden Fall die Ultra-Rare. Und wir haben hier natürlich auch eine Secret-Rare, die sieht eigentlich auch ganz cool aus. Der ganze Listenpreis hier wird bei 7 Gems bleiben. Unter anderem, ja, natürlich wie immer hier auch Priority-Bidding sein. Das Ganze für mich persönlich eigentlich nicht wirklich interessant, denn wenn wir uns mal die Go-Collect-Daten ganz genau anschauen, dann sehen wir auch relativ schnell eine 9.8, gerade mal bei 80 Dollar. Wir haben hier natürlich eine hohe Grade-Rate von 846 gegradeten Comics, was auf jeden Fall nicht wenig ist. Meiner Meinung nach aber trotzdem kein Comic, was jetzt unbedingt super wichtig ist. Wir haben hier auch keine First Appearance oder sowas in dem Comic. Von daher für mich persönlich auf jeden Fall ein Skip. Und kommen wir nun zu wirklich äußerst interessanten Market Activity, denn wir haben in den letzten 6 Monaten tatsächlich ein neues High erreicht, was die Transaktion angeht, denn wir haben hier nämlich das letzte Top, welches hier am 15.10.2013 war, übertroffen. Wir haben jetzt hier am 24.03. insgesamt über 24.000 Trades gehabt. Hier hatten wir 23.805 Trades. Und das Ganze, ja, kann vielleicht der eine oder andere schon identifizieren, wo das Ganze war, zu welchem Drop. Das Ganze war jetzt zum Stormtrooper-Drop und der ist meiner Meinung nach wirklich extrem interessant gegangen und dazu schauen wir uns jetzt noch weitere Zahlen an. Denn der Stormtrooper hat es wirklich geschafft, aus seinem Loch rauszukommen, bei in etwa 5 Gems, wo er kurz nach dem Drop stand, bis zu einem High von in etwa 18 bis 19 Gems, was wirklich äußerst, äußerst gut ist. Das heißt, jeder, der hier auf jeden Fall den Drop mitgemacht hat, ist tatsächlich seit langem auch mal wieder, ja, nicht im Minus, was ich auch sehr, sehr cool finde, momentan liegt er hier bei 15 Gems, der Floor-Preis, schwankt immer mal wieder natürlich auch ein bisschen. Und was schon echt bemerkenswert ist, dass hier wirklich manche Leute so extrem gestackt haben, beispielsweise dieser eine Holder hier mit knapp 300 Collectibles, der fast 2% des gesamten Supplies hat, das ist schon wirklich Wahnsinn. Besonders, wenn man sich jetzt auch die Floor-Entwicklung anschaut, man sieht das jetzt hier nicht genau, aber der war halt wirklich nach dem Drop, gerade mal bei wirklich einigen Gems, also 4, 5 Gems, habe ich da auf dem Marketplace gesehen. Die waren natürlich sehr, sehr schnell ausverkauft. Nichtsdestotrotz wirklich ein äußerst, äußerst cooler Drop und auch in Augmented Reality sehen die Teile einfach mega aus. Ihr könnt mir sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie viel ihr insgesamt bekommen habt, ob ihr vielleicht sogar eine Specialment erwischt habt, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dem kurzen Video für den Mittwoch. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir daraus noch einen wunderschönen Morgenmittagabend und bis dann, ihr Captain. Ciao, ciao.